Paphio pedilum delenati alba ist die Alba-Form des normalen Delenatiis, der in Vietnam heimisch ist und dort in immergrünen Wäldern zwischen 750 und 1500 Metern wächst. Durch die schön gekennzeichneten Blätter ist sie auch ohne Blüte eine sehr interessante Orchidee. Diese nach einem französischen Orchideenliebhaber namens Delenat benannte Pflanze sollte halbschattig und temperiert bis warm kultiviert werden.